Ein Parteitag und viele offene Fragen an SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ich jetzt live im Studio begrüße. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Klubobfrau, Ihre Reaktion auf dieses Parteitagsergebnis war sehr kämpferisch, offensiv. Sie sagen, drei Viertel aller delegierten Stimmen sind einen Auftrag weiterzumachen. Aber was ist mit jenem Viertel, das Ihnen das Misstrauen ausgesprochen hat? Ist das kein Auftrag? Naja, ich meine, in einer Demokratie zählen Mehrheiten und das, glaube ich, muss ich, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das ist die Grundlage mal dieses Ergebnisses. Und es ist eine große Mehrheit. Es sind drei Viertel der Delegierten. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ärgere mich über die 25 Prozent, über das eine Viertel, oder ich freue mich über diese große Mehrheit der drei Viertel, die 75 Prozent, konstruktive, starke, positive, vor allem nach vorne schauende Kräfte, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben und sage, jetzt gehen wir einen Weg weiter, der uns in den letzten zwölf Monaten einen Vertrauenszuwachs von 10 Prozent immerhin in der Bevölkerung gebracht hat. Aber reicht Ärgern und Freuen oder Freuen aus? Machen Sie diesen, das sind immerhin 25 Prozent, Unzufriedener in der Partei, die sich nicht aus der Deckung wagen und deren Freundschaftsgruß das Gegenteil bedeutet. Machen Sie denen jetzt ein Angebot? Oder sagen Sie, mir egal, die Richtung stimmt weiter so? Ja, Frau Schnabel, das mit dem Angebot ist so eine Sache, weil die sind ja nicht aus der Deckung gegangen. Sie sind auch inhaltlich nicht aus der Deckung gegangen. Und Sie haben den Parteitag, die größte Veranstaltung, das größte Gremium, das alle drei Jahre stattfindet, nicht genützt, um Ihre Ideen, Forderungen, Verbesserungsvorschläge zu diskutieren und auf den Tisch zu legen. Als dann ist ein bisschen vermessen von mir zu verlangen, dass man jetzt sagt, mit diesen Vorschlägen, die es ja nicht gibt, derenseitig, weiterzugehen. Und im Übrigen habe ich ja, schauen wir zurück, 2018, die Partei in einer ganz schwierigen Phase übernommen, wo niemand sich gemeldet hat, in der schweren Zeit, die finanziell schwer war, die auch in einem Umfragentief war, die Partei damals zu übernehmen. Niemand wollte Verantwortung übernehmen. Ich habe es gemacht. Und jetzt haben wir drei Jahre später, wieder Parteitag, wieder hebt niemand die Hand. Und wissen Sie, es ist leicht, viel zu reden oder zu sagen, das passt nicht. Aber Verantwortung übernehmen ist nicht so leicht. Und das macht offenbar niemand. Das machen Sie. Aber was Ihnen in diesen drei Jahren, fast drei Jahren, nicht gelungen ist, ist, die Partei zu einen. Also ein Viertel folgt Ihnen nicht. Und die Frage stellt sich schon, wie beschlussfähig, wie handlungsfähig ist eine Partei, die es offenkundig nicht schafft, einen eigenen Beschluss zu fassen über Ihre Statutenreform, also Ihre organisatorische Zukunft, weil viele früher nach Hause gehen. Also wie wollen Sie denn mit so einer Partei überhaupt arbeiten? Naja, das war eine Situation am Nachmittag, wo ich meine, dass es ganz klare Regeln gibt in den Statuten, nämlich, dass es ein Quorum braucht, eine kritische Gruppe, eine Zahl, um beschlussfähig zu sein. Und das war nicht mehr gegeben. Da haben Sie recht. Das gibt kein gutes Bild ab. Aber wie kann das passieren, Frau Rendiva? Naja, ich würde schon sagen, man kann weder ich noch sonst wer, kann Delegierte zwingen, am Parteitag bis 18 Uhr zu bleiben, bis zum Ende. Das liegt schon in der Verantwortung auch der Delegierten oder der Organisationen, die die Delegierten entsenden. Das sind Länder oder eben befreundete Organisationen. Es gibt ja auch den Verdacht, es war eine konzertierte Aktion, denn nämlich die Wiener Landesorganisation hat keine Freude mit einem Antrag. Künftig geht es ganz konkret darum, dass Parteichefinnen und Parteichefs direkt gewählt werden sollen. Und deswegen hat man es dann einfach abgedreht, weil man die Mehrheit nicht mehr hatte. Ist da was dran? Nein, ich kann Ihnen sagen, da gab es einen Delegierten, dem das aufgefallen ist, dass da einfach wirklich wenig Leute mehr im Raum sind. Und der hat statutengerecht gesagt, ich hätte gerne eine Überprüfung, ob überhaupt noch eine Beschlussfähigkeit gegeben ist. Und hätten wir weitergemacht, obwohl wir zu wenig sind, dann wäre es nicht richtig gewesen. Das war der absolut richtige Vorgang. Und im Übrigen die offenen, nicht beschlossenen Anträge, da möchte ich sagen, dass wir die nicht einfach unter den Tisch kehren. Nein, das soll nicht passieren. Und wir sollen uns dem jedenfalls stellen und im Herbst auch diesen Prozess aufnehmen. Aber was heißt den Prozess aufnehmen? Die Parteireform wird dann durchgeführt oder wie darf man sich das vorstellen? Dass wir uns diese Anträge, diese Vorschläge zum Thema neuer Statuten in den verschiedensten Bereichen, Sie haben schon einige genannt, Direktwahl zum Beispiel, dass wir das in einer Arbeitsgruppe, in einer Kommission gemeinsam diskutieren, auch schauen, ob es internationale Beispiele gibt, wie zum Beispiel in Deutschland, die man sich genauer anschauen kann, ob die Erfahrung dort eine gute oder vielleicht keine gute war. All das sollte dort in Ruhe diskutiert werden und dann zu einem Beschluss kommen. Fassen wir mal zusammen, Frau Kluboffrau. Sie sagen uns, an Ihnen liegt es nicht. Sie sagen, an Ihrem Team liegt es nicht. An der Kommunikation, Sie setzen auf die richtigen Inhalte. Und an der Parteidisziplin, offenbar Hapaz, haben wir ja gerade besprochen. Was sagt uns das über die SPÖ aus? Was sagt uns das über die Partei aus, die Sie führen, auch weiterhin führen wollen? Jetzt kann man viel spekulieren, da kann man mutmaßen und ich kann Ihnen versichern, dass wir viele Gespräche auch führen, aber das natürlich intern und nicht in der Öffentlichkeit. Das muss gemacht werden, eine Aufarbeitung dessen, keine Frage. Aber das Wichtigste ist ja jetzt, dass wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern dass wir einen erfolgreichen Kurs weiterfahren und weitergehen, der uns jetzt immerhin 27 Prozent des Vertrauens in der Bevölkerung gegeben hat. Und wir haben von 16 Prozent gestartet vor mehr als einem Jahr. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, diese 27 Prozent, sondern wir sind einen inhaltlich guten Kurs zwischen konstruktiver Oppositionsarbeit auf der einen Seite und kritischer Oppositionsarbeit auf der anderen Seite, zum Beispiel im Untersuchungsausschuss. Sie sagen, das wird in den Umfragen belohnt, aber ein solcher Delegierter, der Knittelfelder Bürgermeister, der hat sich immerhin aus der Deckung gewagt und gesagt, der Kurs stimmt nicht. Denn Sie sprechen nicht offensiv über Themen, die den Menschen unter die Nägel brennen, sondern vor dem Parteitag über eine Liberalisierung der Staatsbürgerschaft. Und auffällig an der Debatte ist, wenn Ihnen das so wichtig ist, wieso Sie als Parteichefin dazu in der Öffentlichkeit geschwiegen haben. Also erstens kann ich das nicht so stehen lassen. Ich habe in der Öffentlichkeit nicht dazu geschwiegen. Es hat Interviews mit dem Herrn Kaiser gegeben. Naja, aber das mit gutem Grund, Frau Schnabel. Zwei Jahre hat Peter Kaiser sehr erfolgreich, sehr gut diese Arbeitsgruppe geleitet. Das war ein Parteitagsbeschluss aus 2018, anfänglich auch mit Hans-Peter Toskozil gemeinsam, der dann ausgefallen ist. Und es ist ja nur auf der Hand liegend, wenn wir ein Team sind, dass er, der die Arbeitsgruppe geleitet hat, auch der Hauptkommunikator ist, weil er natürlich mit jedem Beistrich dieses Dokuments und seines Kindes, seines Babys sozusagen hier vertraut ist. Und ich finde, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Aber Sie sind die Parteichefin. Und wenn es Ihnen so ernst ist und Sie dieses Thema so wichtig finden, Sie könnten ja zum Beispiel aus Clubobfrau Anträge im Parlament einbringen. Also wie ernst meint die SPÖ mit diesem Thema, für das es auch in Umfragen, die Sie gerade zitiert haben, keine Mehrheit gibt? Ja, wir werden das gerne auch nachholen. Und es ist ja inzwischen, die nächste Parlamentssitzung ist nächste Woche. Also es steht ja nichts in Wege. Bringen Sie einen Antrag ein. Wir werden uns überlegen, hier auch einen Antrag einzubringen. Und ich kann Ihnen versichern, dass es ein Thema ist, wie viele andere Themen, wo die Sozialdemokratie Antworten gibt und nicht strategisch abwägt, wann ein richtiger Zeitpunkt ist. Wenn es die richtige Antwort ist, dann gibt es noch richtige Zeitpunkte. Das ist interessant, weil bei der derzeit heute angefachten Diskussion um Abschiebungen und der Anlassfall ist ein sehr grausamer Mord an einer 13-Jährigen, zwei Tatverlächtige sind afghanische Staatsbürger, die hier subsidiär schutzberechtigt beziehungsweise Asylsuchende sind. Kenne ich mich nicht richtig aus, was ist jetzt die SPÖ-Position? Denn die frisch gekürte Frauenschiefin Holzleitner hat vor kurzem getwittert, der Kampf gegen Frauenmorde, den muss man an der Wurzel backen, die Verachtung der Strukturen bekämpfen. Und vorgeschobene Motive werden uns nicht weiterbringen. Jetzt frage ich mich, was ist ein vorgeschobenes Motiv? Also ich kann nur sagen, was meine Position ist. Und wenn Sie Evi Holzleitner befragen wollen, müssen Sie die Frauen sprechen. Es ist die SPÖ-Frauenschiefin. Ja, aber da können Sie sich auch gerne einladen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich wirklich, wie wahrscheinlich Sie und alle, schockiert war über das, was hier passiert ist. Als Mutter zweier Töchter im selben Alter ist dieser Schock noch größer und diese Fassungslosigkeit. Und ich habe da eine ganz klare Haltung, dass ich sage, so etwas darf nicht vorkommen, so etwas darf sich nicht wiederholen. Und vor allem, wenn man jetzt weiß, dass der mutmaßliche Täter schon vorbestraft war und schon Strafdelikte hat. Ich frage mich, warum er nicht abgeschoben war, warum das Verfahren überhaupt so lange gedauert hat. Warum er seine Berufung gegeben hat. Oder warum er dann nicht in Schubhaft ist. Gut, dann sagen Sie volle Härte hier, wie solche Sicherheitssprecher sagen. Null Toleranz. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Absolut. Und ich finde, wenn jemand nach Österreich kommt und Fluchtsuchender, Schutzsuchender ist und auf der Flucht und er hat einen wahren Asylgrund, und er bekommt Asyl, dann soll er das auch bekommen. Aber er darf nicht straffällig werden. Dann verwirkt er jegliches Recht, wenn er sich an unsere Gesetze nicht hält, in unsere Regeln nicht hält, die wir in unserem Land haben, an die sich alle in Österreich zu halten haben. Das ist Ihre Position in dieser aktuellen Frage. Aber die geht natürlich weiter. Derzeit ist sich Türkis und Grün in der allgemeinen Frage nicht einig, soll nach Afghanistan abgeschoben werden. Also wenn ein negativer Bescheid vorliegt. Oder muss man sich ganz genau, wie es die Justizministerin will, dort die Sicherheitslage anschauen. Dazu kenne ich auch keine SPÖ-Position. Also wir haben heute ganz klar dazu Stellung genommen. Und wir haben gesagt, es gibt ein Abkommen zwischen Afghanistan und Österreich, ein Abschiebeabkommen. Es hätte abgeschoben werden können. Sie sagen, es ist ein laufendes Verfahren. Das stimmt in dem Fall. Aber es kann abgeschoben werden. Und im Übrigen gibt es seit fünf Jahren auch ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Afghanistan, das im Übrigen alle Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen. Schon, Frau Klopoffer. Aber die Frage ist, das gilt ja auch dann für nicht straffällig gewordene Asylwerber, die einen negativen Bescheid haben. Vertreten Sie die Meinung, egal wer, negativer Bescheid, Abschiebung nach Afghanistan? Oder soll man sich dort die Gefahrensituation anschauen, wie es die Justizministerin vorschlägt? Die Gefahrensituation ist immer in Betracht zu ziehen, Frau Schnabel. Aber derzeit gibt es ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Afghanistan. Im Übrigen alle Mitgliedstaaten nehmen dieses Abkommen wahr und machen auch Abschiebungen nach Afghanistan. Sie teilen die ÖVP-Position nun nicht jene der grünen Justizministerin. Negativer Bescheid, Abschiebung ohne Wenn und Aber? Ja, in dem Fall hätte das passieren müssen. Dann haben wir diese Position geklärt. Sie wollen als Spitzenkandidatin, trotz allem, was jetzt passiert ist, am Parteitag antreten. Wie sehr wollen Sie das? Also sollte nämlich, das sagen viele, hinter vorgehaltener Hand sich jemand anderer, jemand besserer vielleicht finden. Würden Sie dann in eine Kampfabstimmung gehen? Also ich sage Ihnen, ich habe es vor. Ich habe die Verantwortung übernommen in einer schweren Zeit, habe Steine aus dem Weg geräumt von finanziellen Notlagen der Partei bis sonstige Intrigen, die hier gestartet wurden in den letzten drei Jahren. Habe mich jetzt wieder der Abstimmung gestellt, wurde als einzige Parteichefin in 130 Jahren von über 40.000 Mitgliedern letztes Jahr bei einer Vertrauensfrage bestätigt. Das ist übrigens einmalig. 71 Prozent, ja? Genau, und natürlich habe ich vor, das hat es aber vorher nicht gegeben, und habe ich vor, diesen Weg weiter zu gehen und auch in allfällige Neuwahlen, beziehungsweise Wahlen. Aber die Frage war, wenn sich jemand anderer noch findet, würden Sie in eine Kampfabstimmung um eine Spitzenkandidatur gehen? Wenn, schauen Sie, was wäre, wenn? Ich habe es vor zu tun und wenn da eine Kampfabstimmung ist, dann werden wir uns die Situation anschauen und dann betrachten und auch beurteilen. Aber ich sage, vom heutigen Standpunkt aus habe ich das vor zu tun. Heute wissen wir noch nicht, wann Neuwahlen sein werden. Aber dabei ist eben eine Ansage dahingehend untergegangen, muss man sagen. Sie haben gesagt, mit Ihnen an der Spitze, also als Spitzenkandidatin, wird es keine Regierung, keine Koalition mit dem System Kurz geben. Jetzt interessiert mich und alle anderen, liegt das an der Person Sebastian Kurz oder an der ÖVP? Denn Sebastian Kurz ist bekanntlich ÖVP-schiff. Es liegt nicht an der ÖVP. Es liegt nicht an der ÖVP, ich meine damit nicht. Und es liegt auch nicht an einer Person, sondern es liegt am System. Und das ist definiert. Dieses System ist definiert durch das Politikverständnis des System Kurz. Da gehören ja mehrere dazu. Das Politikverständnis, das einen Zweck im Regieren sieht, nämlich den eigenen Machterhalt, kalte Machtpolitik. Dass auch die Justiz untergräbt, sich über das Recht stellt, unsere demokratischen Institutionen angreift in den letzten Monaten. Das ist System Kurz. Und auch ein Menschenbild, das ich zu 100% ablehne, das in Chats ja zum Vorschein kam. Da ist ja von lästigen oder nervigen Weibern, Tieren und Pöbeln die Rede. Das ist ein Menschenbild, das ich zu 100% ablehne, Frau Schnabel. Gut, aber ganz konsequent klingt das jetzt nicht. Erklären Sie es uns bitte, Frau Truboff. Das kläre ich Ihnen gerne. Wenn Sie sagen, Sebastian Kurz ändert sich, in welcher Weise muss er sich ändern, dann würden Sie in die Koalition eingehen. Glauben Sie das? Nein, es geht nicht darum, was ich glaube. Sie sagen, es hängt nicht an der ÖVP und nicht an Sebastian Kurz. Bitte, was ist dann das System Kurz? Schauen Sie, wenn Wahlen sind, dann wird man, haben wir ein deklariertes Ziel, das ist, stimmenstärkste Partei zu werden. Dann wird man schauen, wie die Mehrheitsverhältnisse generell sind, auch der anderen Parteien. Und dann wird man vor allem einen zweiten Punkt anschauen. Man wird schauen, ob in der ÖVP nach kommenden Wahlen wieder die ins Ruder gekommen sind, die die ehemals staatstragende Partei auch als das verstehen, was sie mal war. Und die vor allem den Respekt vor Demokratie, Justiz und demokratischen Institutionen noch wahrt. Das macht das System Kurz nicht. Das bekommen wir jeden Tag bewiesen, Frau Schnabel. Aber Frau Rendi-Wagner, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Ist es die Person Sebastian Kurz oder die Art und Weise, wie er Politik macht? Und wenn er die ändert, ist er sehr wohl ein Koalitionspartner. Nein, dass er der Master meint und das Zentrum dieses Systems ist, das steht außer Frage. Ja, aber dann liegt es ja an der Person Sebastian Kurz. Ja, aber die Person auszutauschen und es übernimmt dann wer anderer mit derselben, mit demselben Politikverständnis, mit demselben kalten machtpolitischen Verständnis, mit demselben antidemokratischen Verständnis, mit demselben Menschenbild, das ich ablehne, das ist auch weiter System Kurz. Gut, der derzeitiger Sicht... Es ist das Türkise. Wenn Sie so wollen, es ist das Türkise. Und somit Sebastian Kurz. Und somit auch Sebastian Kurz. Genau, also die Person. Haben wir das festgemacht. Was eben nicht von Ihnen zu hören war, ist aber was ist dann mit einer FPÖ unter Herbert Kickl? Ist die ein möglicher Koalitionspartner? Nein, also zur FPÖ haben wir immer eine klare Haltung gehabt. Zu einem Kriterienkatalog. Ja, aber wir haben auch festgehalten, dass wir zu dieser FPÖ derzeit keine Möglichkeit sehen, eine Partnerschaft politischer Natur einzugehen, also in Form einer Koalition. Dann bleibt jetzt wirklich nicht mehr viel. Sollten Sie wirklich als Spitzenkandidatin antreten, ist das die Ansage, ich will eine Mehrheit, die es derzeit nicht gibt, links der Mitte, mit den Neos, mit den Grünen. Ich sage Ihnen, wir wollen stimmenstärkste Partei werden. Ja. So, da haben die Wählerinnen und Wähler das Wort, so wie das bei einer Wahl ist. Dann wird man sich die Mehrheitsverhältnisse anschauen und schauen, welche Mehrheiten möglich sind. Und wenn Sebastian Kurz Zweiter wird, dann wird er wohl nicht mehr in der Politik bleiben. Gut. Und wir Erste. Und dann ergeben sich auch andere Konstellationen, Frau Schnabel. Das sind derzeit Träume. Die Umfragen sagen was anderes. Ja, aber wir haben nicht heute Wahlen. Genau, aber die Ansagen haben Sie gemacht, daher auch meine Nachfragen. Zum Abschluss. Sowohl Ihre Anhänger als auch Ihre Kritiker, die gestehen Ihnen eines so. Sie haben wirklich Durchhaltevermögen, trotz all dieser Widrigkeiten und einer fehlenden Hausmacht in der SPÖ. Wenn derzeit nicht als sehr zartbeseitet geltende Politiker wie der ehemalige Abgeordnete, der Neo Sepp Schellhorn, aus der Politik gehen, unter anderem, wie er wortwörtlich sagt, weil es dort eine Überdosis Gift gibt, dann würde mich zum Schluss noch interessieren, wo ist persönlich Ihre Schmerzgrenze, wo Sie sagen, jetzt reicht es mehr? Ich glaube, das weiß man, wenn es soweit ist. Bei mir ist es derzeit nicht so. Das spürt man dann, oder? Nein, das ist so. Schmerzgrenzen spürt man immer dann, wenn es soweit ist und der Schmerz da ist. Sie können vorher keinen Phantomschmerz, wenn Sie ihn noch nicht kennen, wahrnehmen. Also insofern, meine Schmerzgrenze ist noch lange nicht erreicht, Frau Schmidt. Also sind wir auf die nächsten Parteitage gespannt. Ich sage danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank.